Moin Leute und herzlich willkommen zu Upcoming Tank Tuning Changes, ab 31. März werden die bei uns live gehen, also nächsten Mittwoch mit dem nächsten Reset, denn der Demon Hunter Tank war nämlich overpowered jetzt die letzten Wochen und Monate und was da unter anderem auch das Problem war, dass er sogar einen Bug hatte, den keiner herausgefunden hat, außer irgendein fleißiger Mensch aus der WoW-Community. Und dieser Bug hat nämlich auch bewirkt, dass die Demon Hunter Tanks etwa 15% weniger magischen Schaden erlitten haben, als es von Blizzard gedacht bzw. geplant ist und sie sind jetzt diesen Fehler auf der Spur gegangen und haben den Fehler auch gefunden. Und was auch noch ganz interessant ist, ist, dass alle anderen Tanks ein 10% Overall Damage Reduction Buff quasi bekommen, einfach als Passive, die man auch immer im Zauberbuch nachlesen kann, wird wohl einfach auf 10% erhöht zu allen Tanks. Also das ist schon mal sehr, sehr nice, alle Tanks werden quasi länger überleben, ab 31. März und werden nicht mehr so squishy sein, hoffentlich, dadurch, dass ja der Vengeance Demon Hunter jetzt da dieser Bug dann behoben wird ab 31. März, haben sie auch direkt wieder Demonic Wards, das ist auch eine Passive, einfach um 5% nochmal erhöht. Denn in den meisten Situationen ist physikalischer Schaden das meiste, was halt bei Tanks an Damage reinkommt und das sollte dann dazu führen, dass der Vengeance Demon Hunter aber trotzdem ein bisschen mehr Schaden reinbekommt, als es jetzt aktuell der Fall ist. Und ja, wie gesagt, alle anderen Tanks, Blut-Todesritter, Schutzkrieger, Schutzpaladin, Braumeister-Mönch und so weiter und so fort, ich glaube, ich habe noch einen Droiden vergessen, bekommen einfach 10% Reduction Buff oder beziehungsweise einen passiven rein, einen Effekt halt hier steht, ja, das ist schon mal sehr, sehr nice, zum Beispiel beim Blut-Todesritter heißt es wohl Reteran of the Third War, ich weiß jetzt nicht den deutschen Begriff, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr diese Klassen spielt, könnt ihr auch einfach mal ins Zauberbuch gucken und da werdet ihr diese passiven auch finden und die werden einfach ein bisschen gebufft bei diesen ganzen Klassen. Und ja, sehr, sehr nice, dass dieser Fehler endlich behoben wurde, dass die Demon Hunter jetzt endlich nicht mehr irgendwie so mega wenig Damage erleiden durch magischen Schaden, das war schon ein sehr, sehr merkwürdiger Bug. Auch immer wieder interessant, dass da die Community selber suchen muss, beziehungsweise ein schlauer Mensch hat irgendwo das halt herausgefunden und hat da die Mathematik dahinter gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Bugs es noch irgendwo gibt bei anderen Klassen, irgendwie in den passiven Büchern oder irgendwo, oder irgendwo was Geheimes, was halt einfach keiner weiß und es voll verbuggt ist und gar nicht so funktioniert, wie es geplant ist. Vielleicht sogar beim Fire Mage, der macht irgendwie vielleicht gefühlt mehr Damage, als er eigentlich machen sollte durch irgendeinen komischen Bug, durch eine Passive oder so. Aber wie dem auch sei, sind auf jeden Fall auch wieder andere Tanks, denke ich, häufiger zu sehen. Und ja, ich bin gespannt, wie der Demon Hunter Tank dann sein wird. Vielleicht ist er sogar direkt Schmutz, kann natürlich auch sein, dass er dann plötzlich der Noob Tank wird. Sie schreiben hier auch nochmal, sie machen solche mit Nerfs ungern, sondern sie machen solche großen Changes eigentlich immer nur mit großen Patches, also mit 9.1 zum Beispiel. Aber sie machen es halt jetzt trotzdem jetzt, weil es halt ein sehr, sehr großer oder gravierender Bug ist und zusätzlich zu dem ganzen Feedback, dass sich alle darüber beschweren, dass der Vengeance Demon Hunter viel zu stark ist und die anderen Tanks viel zu schwach sind, wollen sie einfach das jetzt auch anpassen. Und ja, das ist definitiv eine gute Sache. Zum Glück wurde dieser Bug gefunden von einem Community-Mitglied. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne noch liken, wenn nicht, dann nicht. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.